Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Udo Sendai-Dukai und in diesem Video geht es um Templates und Channel Strips. Dann legen wir mal los. In meiner Discord-Community wurden gerade Templates diskutiert, ausgelöst von der Clip-to-Zero-Technik, die vor Jahren von BufferMetrix ausführlich vorgestellt wurde. Die Clip-to-Zero-Technik folgt einem strengen Prinzip, mit dem ein Track extrem laut produziert werden kann. Aber da wo Vorteile sind, sind auch Nachteile, denn die Sounds und das Arrangement müssen sich dieser Technik unterordnen und ansonsten vernichtest oder schwächst du mindestens die Vorteile dieser Technik. Und das hat damit logischerweise einen sehr großen Einfluss auf den Track, wie du ihn produzierst, arrangierst und welche Sounds du wie verarbeitest und wie sie eingesetzt werden können. Den Link zu BufferMetrix-Skip-to-Zero-Technik findest du in der Videobeschreibung oder hier über den QR-Code. Hilfreich ist es auf jeden Fall, von solchen Templates zu lernen, aber vermutlich ist es weniger hilfreich, solche Templates generell als Standard-Template einzusetzen. Ein schöner und sehr eleganter Kompromiss ist es, wenn du das Prinzip dahinter verstanden hast und dir entsprechende Presets, Container oder auch Channel Strips baust. Damit erhältst du dir die Freiheit, ohne Template zu arbeiten, aber mit den Funktionen, die ein bestimmtes Template oder dessen Technik bzw. Philosophie bietet. In Bitwig gibt es das schöne Chain-Device, das nichts anderes als ein einfaches Container-Device, das andere Devices und Plugins mit aufnehmen kann. Es hat einen Mixed-Drehregler und seit der Version 5.2 von Bitwig wurde dem Wet-Gain-Drehregler noch eine Learn-Funktion hinzugefügt, die ein Volume-Matching, also eine Lautstärkenanpassung zwischen Originalsound und Effektsound herstellt oder es auf jeden Fall ziemlich gut macht. Dieses Device kannst du super benutzen, um dir für alle möglichen Situationen eine Sammlung von mehreren Werkzeugen auf einmal zu laden, also einen Channel Strip. Und noch ein großer Vorteil, alles in einen Container zu laden, ist, dass du den Container mit all seinen Devices und Plugins für einen AB-Vergleich einfach aus- und einschalten kannst. Oder den Wet-Try-Drehregler zu benutzen, um Originalsound und Effektsound zu mischen. Oder einzelne Devices oder Plugins deaktivieren. Du könntest sehr viele deaktivierte Devices und Plugins in deinen Channel Strip reinladen, denn deaktivierte Devices und Plugins verbrauchen unter Bitwig keine CPU. Allerdings littet dann vermutlich die Übersichtlichkeit. Ganz einfache Beispiele sind ein Analytics Channel Strip, Oszilloskop, Spektrum, ULIN, Lautness Meter. Ein Parallel-Compression-Saturation-Channel-Strip. EQ, Kompressor, Saturator, EQ. Ein Master-Channel-Strip. EQ mit Side, Saturator, Kompressor, EQ, Limiter, Auraton, Span, ULIN, Lautness Meter. Oder für deine ganz persönliche Effektkette alle Devices und Plugins, die du nicht vergessen willst. So denkst du immer an alles. Die Möglichkeiten sind unglaublich vielfältig. Und diese Channel Strips kannst du ganz einfach und schnell in jedes neue oder bestehende Projekt oder Template reinladen. Das ist wesentlich flexibler, als immer wieder dasselbe starre Template reinzuladen und dann umständlich umzubauen. So und das war es auch schon wieder. Mein Name ist Odo Sendaidekai. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.